wir sind zurück in den slums von neo paris haben gerade den typen mit den absolut ekelhaftesten füßen aller zeiten da fertig gemacht guck doch mal die langen zähne ist so unnormal kriegt gleich herbes und wir müssen jetzt unseren weg suchen ins leaking brain nach wie vor und da drüben britzelt irgendwas schon wieder ein setpatch irgendwie oder was ist das? da erkenne ich mal gar nichts ich sehe eine hütte irgendwie aber das war es auch eine hütte nach dort da hinten da hinten auf dem grünen dach ok auf dem grünen dach buntes dach auf dem grünen dach liegt es ok so geht es jetzt weiter na hier konnte man irgendwie die tür glaube ich öffnen gehen wir ein stück zurück dann sieht man das vielleicht besser genau da sind doch die jalousien äh äh ja ne du den oberen auch gleich was? den oberen auch gleich da war ein oberer? ja da ah ähm sonst kommst du nicht weiter sonst komm ich nicht weiter da hast du recht so wie war das jetzt hier ähm ach doch A ach doch A ach dann war B fallen lassen ne? ja das kann auch gut sein äh schafft sie das? ja klar komm es ist Nilin klar schafft sie das ich muss mich mal kurz wo ist denn das Dach jetzt hin? nein ouch ähm ups ich nur wieder ja äh ja äh 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 oh Gott ach da erinnere ich mich doch aber wo wir hier sind äh genau links rum ne wo war denn das? ne doch die Frempe runter hä? guck mal her Gerät was? Gerät? hä? Gerät was fürn DER Gerät hä? was hat sich denn da jetzt getan? das hab ich nicht gecheckt aber jetzt gucken wir gleich mal halt wie war das mit der Kamera nochmal? schön dass es nicht nur mir so geht so das ist echt super warte Gerät der Gerät ich weiß nicht was es war da hat sich irgendwas getan ja vielleicht war es wichtig damit ich dann da lang komme nein guck doch mal bitte da hat sich oben irgendwas getan da ist irgendwas aufgegangen da oben links genau jetzt schieß nochmal drauf bitte ähm wer hat das alles? ich will das nicht ach da kannst du damit schnell genug bis hoch klettern du kannst glaub ich hier hoch klettern oder? versuch mal ja aber dazu müsste ich der Gerät wieder sehen wir versuchen erstmal erstmal wenn du da hoch kannst ne aber irgendwie kann man da bestimmt hoch oder ob wir da gleich noch lang kommen? ich weiß es nicht ich denke das werden wir dann gleich sehen weil wir hier irgendwo runter also ich irgendwo hier runter gefangen soo ne da hinten lang ich muss ja hier noch holen huch ach halt auf die Luke äh da lang ne weiter rechts ne ich muss bestimmt nochmal aufrufen ne 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 wie sollst du denn? ne weiter rechts so warum springst du denn noch nicht gleich da hoch? wenn ich das will ein bisschen was musst du auch noch machen halt dich fest! halt dich fest! ach so dann rüber dann rüber dann rüber dann rüber du kannst auch hoch naja da bin ich ja achso genau und jetzt rechts rüber jetzt kannst du dich fallen lassen da unten sie hält sich dann gleich wieder fest genau und da hoch ok leaking brain da stand gerade in der Anzeige Jax diese Werbung die kenne ich ein gutes Zeichen Schwester dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden Happy Plays hier wohnt der Spaß Jax weiß alle Jax kann alles Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn wer ist denn Jax zu Schönerpanda? sehr gut bitte B B wie ist die den Po ausstrickt hier wohnt der Spaß hier wohnt der Spaß Jax weiß alles Jax kann alles Jax kann alles Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn guckte er im Respekt war war die schön fest wuuh 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 wir brauchen noch nicht komplettes was besuchen nee hier wohnt der Spaß wuuh 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 da blinkt doch was Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da weil ich toll im Neuheiten in der Hinsen bin ja du musst schon oh Fräulein wuuh 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 aha da guck mal bunte Dächer na vorwärts wuuh wuuh heiße wuuh das hat irgendwie näher ausgesehen ja du könntest dich ja auch mal abrollen da äh ja oh Gott stopp ich muss kurz Pause machen iiih was du kannst es aber auch schon benutzen ich kann schon benutzen ja und a jetzt xxxxxxxx pfff pfff wuuh 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 Will doch jetzt kein Mensch. Oder? Doch, mach mal. Wollen wir was freigeschaltet haben? Ne, haben wir doch gar nicht. Oh, doch, 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 doch! Da! What the fuck? What is it? Okay. Ich baue das mal mit rein. Pazier. Okay. Ich würde sie entweder in die zweite oder... Ich würde sie in die zweite ganz hinten. Oh, oh, oh! Wow! Äh, der linker Sprecher, der linker... Dings, äh... Ich bin da, ich bin da! Jawoll! Mal, gleich den nächsten Tag! Nein, nein, nein. Das bringt doch gar nicht nichts, ne? Dann musst du ja... Ah! Denk dran, wenn du linke Schultertasse zum Ziel hast und rechte zum, äh... Nein, eben. Ich hab's hier... Linke Schultertasse. Gedrückt worden. Rechts dann. Ja, 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 ja. Oh Gott, ich seh nichts. Oh Gott, ich seh nichts. Ich auch nicht. Ich seh grad absolut nichts, wa? Deswegen muss ich hier erst mal... Überwachung! Ja! Ja! Das war nicht so gut! Ja! Oh Gott, das konntest du doch jetzt grad so gut und ich, ich... Du hast dein Gesicht verloren! Du hast dein Gesicht verloren! Schau mal, so kann's gehen. Pass auf! Endlich! Genau, wenn du das wegleust, immer schön draufhalten. Der geht immer! Den hast du... Ah! Spocken! Drei! Drei! Strafen! Nicht hin, nicht hin! Weg, 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 weg! Drick it up! Licka! Trigger! Licka! Trigger! Was? Genau! Schön, wie er durch mich durchgerät! Das ist nicht die Opernperrosch! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Okay! Nee, ich wollte den! Oh fuck! Nimm mal ein Halt! Verbissung! Verbissung! Nee, ich stehe noch nicht so gut! Ich bin Kalkalik! Gib mir dein Gesicht! Das ist der Falsche. Das ist der Falsche! Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Aaaaaah! Oh, GOOOOOiL! Hab ich ihn schon? Weiß ich nicht... Offensichtlich nicht! Schieß einfach mal auf ihn drauf! Warte mal! Ich hab nen neuen Schlüssel verfügbar! Äh, ich würd aber... Oh, wir müssen ein Y freischalten, ne? Also für die untere! Hätte ich jetzt sowieso gesagt, ich würde eh einen Y nehmen wollen, also oben den. Ein Stärke-Dingsbums da. Den hier? Ja. Ja. BD. Jo. Okay. Und jetzt soll ich einfach mal auf ihn schießen? Oh Gott, ich will ihn schießen. Ich will... Ja, aber ich will nicht auf ihn schießen. Sobald ich auf ihn schieße, wird er sauer. Naja, aber du kannst ja nicht vor ihm wegrennen. Du musst ihn ja irgendwie besuchen. Es gibt noch irgendwo eine. Meine dritte ist nicht anders. Das ist an der Wand. 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 Weiter! Bewegen! Bewegen! Bewegen bleiben! Oh Gott! Ich kann sie ja nicht lenken. Doch, kannst du. Ja. Ja, jetzt schieß doch mal! Das kannst du aber auch lenken. Wenn du es nicht erinnernst, dann... Weg, 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 weg. Ja, schon wieder was los? Ich weiß nicht. Jetzt schieß auf ihn drauf. Fussel, ganz prickelt. Oh Gott, hol ihn mal! Ich bin... also... Ich bin... also... Ich bin... 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 Oh Gott! Und das hier noch schnell. Ich bin... Achso... Ich bin... Achso... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Da drüben kannst du den Leiter einschalten. Das ist ein Monster. Ist hier ein Regenerationsgedörns? Erstmal sollte ich hier irgendwo das Z-Punch liegen. Ich glaube da sind wir schon vorbei. Ist aber auch egal. Nix, irgendein Schrott. Wenn du jetzt den Au-Kompass anmachst, zeigt er dir dann den Weg? Nee. Gar nichts? Gar nichts. Dann wohl da weiter. Oh ich mach es regnet. Oder ist es knistern? Nee, ich würde sagen es knistern. Bei uns regnet es nicht. Da Leiter! Ich tippe mal, du musst nach links. Leaking rain! Schon wieder. Doch es regnet! Oh Gott! Ich spüre das vibrieren bis hier. Geil! Unglaublich! Und rückwärts. Wie so ein kleines Wiesel, die Woot. So, halt! Rechts! Ein komisches rotes Ding. Ein Poster. Und irgendwo bei einer Leiter liegt das Setpatch. Nee, das ist auf irgendeiner Plattform. Toll, alles ist blau. Vielleicht da drüben? Was ist denn? Also da sind wir. Dreh dich nochmal in die andere Richtung. Ich hab keinen Plan. Da! Das hier ist der Streifen, der rote. Ah, ja, 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 ja. Da unten ist auch dieses gelbe Plakat. Was ist denn das Ding jetzt? Auf einer Plattform. Dreh dich nochmal nach links. Nee, links. Das muss da irgendwo liegen. Aber wie kommt man denn da jetzt bitte schön hin? Nein. Ey, jetzt nur wegen dem Setpatch oder was? Nee, ich glaube es liegt vor uns. Könnte auch in der Richtung liegen. Es müsste unter uns sein. Wenn ich jetzt so mache, hältst du sich den Flissen noch? Muss ich auch? Nee. Doch einfach nur nach vorne, oder? Genau. Na, guck! Aber das ist gar keiner. Mir ist so ein Fokus-Boost. Wo für Römer die dann da sind. Ja, auch gut. Hallo, Kamera. So, bitte. Und die Stange mit dir, Püppi. Wie spielen die Hüften, Chica? Ja, auch eine Variante. So war das zwar nicht gemeint, aber okay. Bin ich jetzt hier richtig? Ich würd mal sagen, ja. Piep? 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 Hä? Das war Piep. Gott sei Dank. Jesus. So, jetzt dreh doch mal. Okay, komm rein. Da kannst du doch mal fahren. Huch. Ja, nett. Guten Tag. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier jetzt mal ohne Scheiß? Ja, ich hab keine Ahnung. Irgendwo in den Tiefen der Stadt. Aha. Da hinten ist aber, glaub ich... Ne, weiß ich auch nicht. Also hier geht's auf jeden Fall runter. Die Treppe. Ah! Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komm mal rein. Ach ja? Wo musst du hin? Ah, guck mal da. Leaking. Ach echt? Ja, ja, ja. Guck mal da unten. Hier, aber hier... Da ist aber zu. Stimmt das doch. Letztes Mal irgendwie der Hubschrauber dann. Als wir mit Olga. Ne, unsichtbarer Mensch. Du musst rechts. Ach, stell dich doch nicht an. Ach, guck mal, da ist die Treppe. Ja, genau. Ne, da muss ich ja auch die Treppe runter. Der blablabla, der andere ist kommt da. Da, da war was. Ich will nur gucken. Da lag da was? Warte mal, direkt nochmal. Bin da was? Ja, da bin da. Immer diese Erinnerungsscheiße. Irgendwo kein. Da haben wir jetzt keine Zeit für! Ah, dann guck! Crane! Crane! Voll der Crane! Total der Crane! Oh Gott! Umjottet Wille! Ging gar nicht um den Kran, verstehst du? Das ist ein Crane, das ist kein Kran! Na toll! Hier gibt es tausend Setpatches, weißt du? Als würde ich jetzt noch eins brauchen! Bedienfelder! Ich komm rein, Wille! Oh, der in fünf Stunden darf! Ach, stell mir das Essen bitte warm! Es kann doch einen Augenblick dauern! Huch! Hab's doch gesehen aus dem Augenwinkel! Ach, oh, sie quatschen! Bleib stehen! Nein! Ja, toll! Ist ja prickelnd! Ich muss, was? Also, du musst! Ich will aber nicht! Du musst aber! Du musst! Du musst! Na gut! Ihr Erfolg ist wieder vorbei und wir sehen uns in der nächsten wieder! Bis dann!